Kaptorga Visual History heute mit der Frage, kann ich mit einem Kettenhemd schwimmen? Kaptorga Visualisieren Ich bin jetzt also hier hüfttief in diesem wunderschönen See. Ich merke auch, nach hier vorne wird es langsam sehr abschüssig, sehr tief. Damit setzen wir uns gleich auseinander. Ich habe jetzt also alles an, was ein Wikingerkrieger auch angehabt hätte haben können. Ja, eine Hose, eine Tunika, Schuhe und vor allen Dingen eben dieses Kettenhemd. Und wir werden jetzt rausfinden, wenn ich als Wikingerkrieger durch das Wasser hätte flüchten müssen oder wenn ich vom Boot gefallen wäre, hätte ich das, vorausgesetzt ich kann schwimmen, überlebt oder hätte ich jämmerlich ertrinken müssen. Das war's für mich. Wir müssen in der Natur kommen. Ah! 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 Oh! Ah! Ja, also es geht. Ich bin nicht ertrunken, wie ihr seht, aber es ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Ich kann darin schwimmen, aber wahrscheinlich nicht sehr lange. Ich nehme an, als wirklich sehr geübter Schwimmer, ein wenig länger. Aber den ganzen See hier zum Beispiel überqueren im Kettenhemd, würde ich nicht glauben, dass das möglich ist. Oder nur mit sehr viel Training. Ja, aber selbst wenn ich ins Wasser fallen würde, ich müsste nicht sofort ertrinken.